Halloween. Oh, yeah. Ich sag, das kann nicht sein. Das kommt vom Dachboden aus dem Zimmer raus und das Geräusch über mir ja dann quasi... Ich denk, das kann noch nie wahr sein. Was ist das? Gut, das Geräusch ist immer lauter. Ich denk, das kann noch nie sein. Als wenn sich dann irgendetwas durch die Wand bohrte, über der Korridortür. Das kann noch nie sein. So was hab ich noch nie gehört. Das ist kein Quatsch. Sie war wirklich voll creepy. Also ich... Ich bin ja nachts meistens Sitzpinkler. Ich mich auf Toilette gesetzt. Was ist das? Als wenn jemand oben den Dachboden entlangläuft. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab mal ein Geschäft gemacht, wieder ins Bett. Das gibt es doch nicht. Als wenn da jemand gleich durchkommt. Weiß ich nicht. Das spielte sich jede Nacht ab. Das darf doch nicht wahr sein. Ich sag, Vater, komm, da müssen wir mal rauf auf den Dachboden. Wir haben nichts gefunden. Also das war wirklich creepy. Richtig creepy war das. Hashtag Reinschauen, Liken, Abonnieren. Hashtag Abonnieren. Hashtag Glocke Aktiv. Hashtag das Video teilen. Und was ist noch Hashtag, Leute? Ich hör nichts. Ich hör nichts. Hashtag weiter empfehlen. Ich hör nichts. 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 Ich hör nichts.